EINMAL EIN KOMMENTAR ZU SEX BITTE! Wir arbeiten momentan an einer Trilogie. Eigentlich eine Trilogie mit Heavy End. Ja, schön Heavy End. Wir arbeiten gerade an Online-Alben, besser gesagt Tapes, die wir online sozusagen rausbringen als Promotion. Und wollen damit so ein bisschen Fanbase aufbauen, damit wir irgendwann mit eurer Hilfe unsere Einigung rausbringen können. So müsste reichen, oder? Ja, viele Sachen lassen wir einspielen, von unseren Gitarristen zum Beispiel. Aber wir haben natürlich auch diverse Produzenten, die uns Beats produzieren. Oder ab und zu setzen wir uns doch selber dran. Big Dude, ich wollte da noch eine Lücke hinbauen. Hier, wa? Ja. Schön unterbrechen und dann... Schöpferz richtig. Alter 8 Bar oder was? Kannst du wirklich mal was mehr rausfilmen? Ach so, wisst ihr was? Gestrandet auf der Insel, voller Hoffnung und Zweifel. Und da wo du dich befindest, hast du selbst verbockt, du Teufel. Suchst die Schuld bei jemand anders, bei dir selber suchst du nicht. Wir selber machen so Mischungen aus Hip-Hop, ein bisschen Rock-Elemente drin und... Und... Aber auch... Ja, doch. Ja. Wir machen guten deutschen Rap. Meine Eltern werden Tage zu Jahre. Nichts wird wie damals, es wird schwarz-weiß gefahren. Denkt immer dran, unterstützt dich schon zu dem Sache der Welt. Spendet, spendet. Spendet für Sex. Spendet für Sex. Zugabe! 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 ... ... ... ...